Was mein Team für mich besonders macht ist, dass wir sehr unterschiedlich sind, uns aber trotzdem immer unterstützen. Also es ist wahnsinnig viel Wertschätzung und auch Interesse am anderen, am Gegenüber. Ich bin sehr loyal gegenüber meinen Vorgesetzten, das ist eher genauso gegenüber mir und die Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Also der Austausch, die Ehrlichkeit finde ich ganz wichtig, dass man zum Chef hat. Zusammenarbeit mit meinem Vorgesetzten ist gut. Wir haben zwei wöchentliche Fixtermine, wo wir uns unterhalten. Für mich ist es sehr wichtig, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Jeder hat seine Stärken und aber auch natürlich einmal auch eine Schwäche. Wir arbeiten im Team gemeinsam, das heißt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also wir haben einige Team-Events, da ist unsere HR-Abteilung immer sehr bemüht, Dinge auf die Beine zu stellen. Weißwurst, das ist das nächste Mal ein Weißwurst-Event. Das Größte, was der Herold hat, ist sicher die Weihnachtsfeier. Einmal pro Quartal haben wir ein Meeting mit Gesamtherold, wo wir zusammenkommen und intern in unserer Gruppe, sage ich mal in Oberösterreich, treffen wir uns genauso einmal oder zweimal im Monat, wo wir einfach über gewisse Themen sprechen.